Jo Boys und da bin ich jetzt wieder willkommen Das war wieder ein Video von mir und ich spürte eine Runde AG Und mit dabei ist MTS, der Henrik Wir merken wir 100% Junge, helf doch! Ja, das ist gar nicht so am Start mit dem Denken, äh mit dem Reden Okay Boys, den muss ich mal auf eine ganz andere Art und Weise killen Okay, das ist Aufgabe, dann kriege ich jetzt eine Suppen, so Aber ich informiere mich da gleich nochmal Ja, an sich würde ich da schon streamen, nur mein Internet ist halt nicht so bummer Okay, das hat er gut gemacht Das habe ich jetzt rauszitiert, was ich gerade geschrieben habe Oha Habe ich jetzt Harddamager Eher A wahrscheinlich, oder? Okay, den haben wir auch So, was geht Freunde Boys, das würde mich überfreuen, wenn ihr einmal in die Kommentare schreiben könntet Was ihr, ja, euch noch so wünscht, weil ich weiß nicht, das Ding ist, ich bringe jetzt HG so Habe noch ein paar Video denen, aber Mir fehlt jetzt nicht so, so viel ein Also würde mich überfreuen, wenn ihr so ein paar Sachen in die Comic schreiben könntet Okay, den habe ich auch Direkt zum nächsten Und, ja, ich hatte schon überlegt, zu Skywars zu bringen, aber ich glaube, dass es nicht so beliebt ist Keine Ahnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Schreiben Na, du Eisenfarmer Okay, dann haben wir Okay Okay, Black Goku Okay 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 Den will ich mir schnappen Okay, den habe ich 4 ist Combo Okay Okay 3, 2 Okay, come on Feel this Combo Feel this Combo Ey, Bro Stehenbleiben Polizei hier am Start Feel this Combo Ey, Bro Come on, mach keinen heran Okay Okay, dann haben wir Okay, sortieren wir das mal So Secret Für 3, 1, muss ich ihn jetzt leider kennen Okay, come on Kaum wird lockt Ja, ich glaube ich, zu viel Stuff im Inventar Secret Come on Okay, hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass er in den Jet Kaum Achso, Boys, wir hatten uns überlegt, also Hendrik hat das auch noch mal gerade gesagt, das ist so eine Top-5-Serie, die wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, weil voll viele haben in die Kommentare geschrieben, so ja die Stars machen mal 1-in-1-Spieler, Top-5-4-in-1-Spieler und so Und eigentlich ist das ja voll nice, ne Aber, ja, ich guck mal Ja Seekroll Man, Seekroll Der stirbt doch Nichts, bitte Laut hoch Ja Ach ja Ach man ey Seekroll, der will echt nicht down gehen Mann, Seekroll Mann, Seekroll Ey, Junge, das hängt bis Uganda, bis zum Morgengrauen Ach ja Geil Ja, okay, mein Schwert ist down Ich kann jetzt mit der Pickaxe weiter kämpfen Geil Jo Ja, GG So, da ist dieser White Black Cuckoo und Dings ist eigentlich schon Ne, was ist eigentlich Ist gerade schon gegangen Also Hendrik Nein, die Suppe ist gerade gegangen Oh, keine Ahnung, irgendwie muss der los Und jemand meinte irgendwie, dass er hackt Und dann ist er auf Skype gegangen noch Und ach, keine Ahnung, auf jeden Fall Äh, trappt noch jemand Und den haben wir Okay Den müssen wir tool hinten Okay, den haben wir Dann gehen wir direkt zum nächsten Gegner So Ah, da muss ich gar nicht zoomen Okay, so Okay, so Und jetzt zum letzten Ne, vorletzten Gegner So Und die letzten haben wir jetzt eigentlich auch ausgeschaltet Und So Okay, dann haben wir So, wo steckt denn noch der letzte Bro Bro, where are you now So Okay, dann habe ich Okay, dann habe ich